Ein Andeppenschloss. Ja, okay. Wieso? Öffne Tür und wir schreiten durch. Weißt du wo, komm mal. Cooles Spielzeug. So, wo gehen wir hin? Hier oder? Na komm, wir gehen hin. Einfach nur so. Wir werden jetzt die Eile haben. Boah, ist ja alles eingestürzt. Ja, haben wir ein bisschen Tränkchen genommen. Sonst haben wir wirklich nichts mehr. Da ist ja Wut. Was ist hier? Hey, nicht mehr. Ach, komm mal her. Tod. Die haben ein langes Leben mit mir. Ist ja gut. Komm weg hier. Na ja. Haben wir das Zeug gut überlebt? Mit den Dingern, die irgendwie rauskommen. Wieso auch immer die da sein müssen. Ein Akitapotolium oder wie auch immer. Ein Akitapotolium oder wie auch immer. Man das nennen kann. Ach, hallo Spinni. Naja, mal wieder mal ein kurzes Leben. Tod. Da kommen die Zwergensphären. Die auch tot sind. Und dann Mina weiter ist auch leider schon tot, bevor wir überhaupt angefangen haben. Wieso immer die noch immer hier unten sind. Das weiß ich leider auch nicht. Das tut mir leid. Für die Invasion kann muss ich euch leider. Äh, bei Helligen. Ach, hallo. In Hebel. Oh. Ein Schloss. Wie so ein Schloss. Schon wieder so ein Diadem. Die kann nix außer rumstehen. Wirklich nix außer normal rumstehen. Die ist so nix zu gebrauchen. Na gut. Die haben wir auch noch schön gefunden. Ansonsten. Ja komm, schließt auch noch auf. Ein Experten-Schloss kriegen wir noch sicher gebacken. Ja. Huch, na tolle. Ja. Ein Mais... Das Schloss. Ich bin ungeduldig. Nein, 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 nein. So noch mehr. Na, Lachum, lassen wir's. Was? Wo? Wo? Hey, was? Ich muss mal aufpassen auf die selbst. Also, Frauchen. Huch und unten. Na komm, auch mal unten. Sehr schön. Wo haben wir denn den Lümmel hier? Ach, hallo. Ach, hallo. Ja, ist es schon gut. Ach, hallo. Vor allem, Herr Schleicher. Wie geht's denn so heute? Gut geschlafen? Ah, ich glaub schon. Hat ein schönes Leben gehabt. Huch. Da ist... Ach, guck mal, du Zwergenscheiß. Mehr als du denkst, mein Lieber. Die haben so einiges drauf. Geh was, Scheiß. Ich hasse die. Und hier kommen noch mehr. Vor allem mehr. Obwohl, wie wir da noch nie drin waren. Sind die wieder gespawnt? Weil wir da wieder, äh, seit dem nach, als ich das wieder neu installiert habe, nicht mehr unten waren oder so? Könnte sein. Könnte sein. Könnte aber auch nicht sein. Hallo. Tod. Tod. Der Tod ist bei uns. Achso, der ist da. Ja, fahr mir hier den Metzimmer aus. Was? Uah. Uah. Hier schön zu. Nö, mach mal auf, komm. Eisruinen. Uah. Uah. Meine Schulter. Das war's? Das kann nicht sein. Doch, das war's. Oder? Nee. Das darf nicht gewesen sein. Geh mal ganz nach unten. Wie leicht. Ist das da unten? Irgen. Genau hier. Ah. Ach, Spinne. Ah, blöde. Mümmepiepsause. hier in war war noch nicht kathedrale genau das wollte ich jetzt endlich mal so bin ich hier drauf den bitte nicht drauf treten ansonsten gibt es haue haue was machten die wieder auch die rennt da rein da waren auch schon die haben sich wirklich wieder gespawnt naja erst von tod möchte ich nie mehr haben so also hier oben ist der hebel naja das war schon eigentlich im großen ganzen haben wir jetzt das ding offen ja ins giver können wir auch schon noch opfern hier ansonsten ist hier nichts los ja ist ja gut ich passe hier auf ist ja schon gut hat sind wir werden dich vermisst haben granatstein mich hier was bringt das wenn wir es abschießen könnten dann wäre die tot dann wären alle davor tot nach himmelsrand und hier hatten wir kein erz aber irgendwas anders yes schwarzwald da wollte ich hin ja eigentlich die puppe und den wozu sammeln ja hat nicht viel gebracht ja ist ja gut limmi fahr mehr schleicher wird hier nicht lang überleben aber das habe ich gesagt der wollte ihm einfach nicht glauben so hier haben wir nichts komm mal her du bist tot ein toter vor allem das kann nicht schaden denn wo es einer gibt da gibt es noch mehr schau mal hier die kämpfer richtig helfen wir nochmal mit dem reichen Bogen den wir haben da oben da oben nein nein nicht runter und so ging es dahin mit ihm dahin so also die puppe und den wozu werden wir hier wohl irgendwie noch finden müssten nur hier hinten war das nun nicht dann leuchtet aber etwas ok wir hatten schon mal irgendwie 30 aber was würden wir damit anfangen könnten hätten sollen das finde ich ja im haufen nur hier höre ich nix da oben so da kommen wir nach oben nehmen wir jetzt da den schönen weg nehmen nöööÖ So komm, komm komm so 16 von 30